Willkommen zur StoryBelt. Er ist seit 22 Jahren bei Schaeffler, seit knapp sieben Jahren im Zuge der digitalen Agenda im Themenfeld IT aktiv. Mittlerweile ist er Senior Vice President Operations IT. Neben der aktuellen Rolle ist er auch noch Geschäftsführer im Startup bzw. in der Tochtergesellschaft Schaeffler Digital Solutions, die Softwarelösungen zur Datenerfassung in der Produktion entwickelt. Herzlich Willkommen, Roberto Henkel. Ja, herzlich Willkommen. Vielen Dank. So, und dann der Mann des Tages quasi, Entrepreneur, Speaker und Investor. 2009 co-gründete er Runtastic. Daraus resultierten diverse Investments in andere Startups. Neben einigen Auszeichnungen wie Onliner des Jahres, Gewinner des Medienzukunftspreises und dem oberösterreichischen Leistungspreis ist er auch Autor des Buches So läuft Startup, in welchem er seine persönliche Erfolgsgeschichte vom österreichischen Bauernbub zum internationalen Geschäftsmann beschreibt. Herzlich Willkommen, Florian. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Florian, 2009 habt ihr Runtastic in Linz gegründet. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, so ein Startup zu entwickeln? Ja, gute Frage. Also prinzipiell waren es ja zwei Dinge. Auf der einen Seite, glaube ich, einfach die Bewegung, das Laufen, das immer ein Hobby war, aber nie professionell. Also ganz wichtig, zwar Fußball gespielt und Sport gemacht, aber jetzt nie ganz professionell. Aber schon immer die Challenge damals, dass man eigentlich keine Option hatte, seine Läufe irgendwie gut zu tracken, außer du hattest irgendwie 500 Euro plus für die ganz externen Garmin und Polardevices. Parallel kam aber auch das Smartphone auf und das erste Mal, dass irgendwo GPS im Smartphone eingebaut wurde. Wir haben Mobile Computing studiert, quasi Softwareanwendungen auf mobilen Telefonen. Und die Idee war einfach, kann man nicht Technologie mit der Anwendung, die man macht, irgendwie kombinieren und daraus vielleicht irgendein Produkt bauen, noch gar nicht ein Unternehmen, aber so einmal soll es mit einem Prototypen in Wahrheit losgehen. Das ist ja 2009. Es klingt manchmal so, als wäre es nur ein paar Jahre her, aber es ist dann ja doch, wenn man sich eingestehen hat, 15 Jahre knapp her. Ist tech-affine Läuferinnen und Läufer, hat man da die Sorge als Gründer in dem Fall, dass man sagt, das ist vielleicht zu nischig? Also ist das ein Business Case? Jetzt ist es auf alle Fälle ein Business Case. Hättest du mir die Frage damals gestellt, ganz ehrliche Antwort war, wir wissen es nicht. Der Business Case ist ja eigentlich erst dadurch entstanden, dass Apple mit dem App Store ein Modell eingeführt hat, wie du Software distribuieren kannst an den Endkunden per Knopfdruck. Das war eigentlich der große Game Changer bei uns in der Welt. Wir sind quasi in einem Markt rein und mitgewachsen, der ein ganz riesen Markt geworden ist. Davon ist die eine Sparte Fitness eine durchaus sehr starke Sparte und auch die Art und Weise, wie sie die Menschen natürlich verändert haben, dass jeder heutzutage eigentlich ein Smartphone aus Sicherheitsgedanken alleine schon mit sich trägt. Und all diese Dinge, da haben natürlich, wie so oft im Unternehmertum, in Entrepreneurship, Timing matters. Also es ist ganz, ganz wichtig, das richtige Timing. Das hat der Steve Jobs und Bill Gates, viele andere schon damals gut erwischt. Und bei uns war sicherlich das Timing auch ein sehr gutes. Roberto, jetzt hast du in deiner Rolle ja quasi einmal die Sicht des Konzerns, aber du bist ja auch Geschäftsführer eines Startups. Du kannst quasi beide Seiten so ein bisschen beurteilen. Worauf muss man denn achten als Gründer, wenn man ein Produkt entwickelt? Man spricht ja oftmals davon, dass man in irgendeiner Form ein Problem lösen muss, sei es den Leuten irgendwie das Leben einfacher zu machen. Wie bewertest du jetzt diese Idee, wenn man das jetzt quasi jetzt gepitcht hätte? Und was kannst du generell darüber sagen, worauf man da achten muss? Aus heutiger Sicht würde man ganz klar sagen, na klar, ist doch logisch. Das hat der Markt gebraucht. Aber ich glaube, in der Zeit und so wie du das auch beschrieben hast, 2009, dann an die Idee zu glauben und aus der Idee dann wirklich auch den Entschluss zu fassen, konsequent ein Business daraus zu machen, auch gegen alle Widerstände, war zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, jetzt nicht die logischste Schlussfolgerung, sondern einfach auch die Passion, als Unternehmer aktiv zu werden. Und vielleicht auch die Parallele zu meiner Rolle. Ich bin eigentlich kein ITler und schon gar kein Digitalisierer gewesen, wo ich bei Schäffler angefangen habe. Ich bin klassischer Ingenieur. Ich habe vor 22 Jahren als Industrial Engineer in einem Werk angefangen, habe mich mit der Industrialisierung von neuen Produkten beschäftigt. Und in den Jahren 2014 bis 2016 kam auf einmal so dieses Thema, na ja, wir haben immer mehr Daten, können wir nicht aus Daten auch Wert für die Produktion schaffen? Und mir ging es ähnlich. Ich habe gesagt, klar, ist doch logisch. Jetzt, wo wir Daten haben, gibt es mit Sicherheit auch Optimierungspotenzialen in der Produktion. Und habe dann nicht lange überlegt, wo Schäffler damals gesagt hat, na ja, wir brauchen jemanden, der beschäftigt sich damit mit Digitalisierung auf dem Shopfloor. Und habe gesagt, auf das Pferd setze ich, auch wenn ich eine One-Man-Show bin und meinen klassischen Karrierepfad als Segmentleiter in der Produktion verlasse, einen Sidestep mache und sage, ich setze auf das Pferd, weil ich bin überzeugt davon, man kann einen Unterschied machen. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Parallele. Und du hast es auch angesprochen, auch als Geschäftsführer jetzt von der Tochtergesellschaft, mir geht es jeden Tag so. Das sind innovative Leute, die haben viele Ideen, aber wir müssen genauso tagtäglich Überzeugungsarbeit leisten. Unseren Mutterkonzern, dem großen Tanker, auch zu verkaufen, dass es wert ist, weiterhin in uns zu investieren. Und auch die ein oder andere Idee, die vielleicht jetzt nicht zwingend nah am Schäfflergeschäft ist, auch zu finanzieren und umzusetzen. Du hast das vorhin schon gesagt, im Nachhinein jetzt betrachtet, klar, war das ein toller Business Case und die beste Idee ever. Aber so Ideen können sich ja auch mal ändern. Ich meine gelesen zu haben, dass die Idee ja auch mal sich eine andere war, quasi eigene Strecken auch zu kreieren, also viel tiefer auch reinzugehen. Stimmt, es waren immer zwei Dinge. Auf der einen Seite war das die Smartphone-Variante zu bauen und auf der anderen Seite war es hochfrequentierte Laufstrecken mit permanenten Messsystemen auszustatten. Also wir haben auch eigene Chips entwickelt, so wie man das kennt, weil man einen Marathon läuft, früher am Schuhbahn droben hatte, haben Stationen gebaut, die autark mit Energie, mit Solarpaneele versorgt waren, sind aber dort relativ schnell an die Grenzen gestoßen. Ich habe irgendwie 300 Gemeinden in Österreich durchtelefoniert und 299 Mal war ganz klar nein, weil alleine einen Draht in den Boden verlegen mit Strom und Umwelt und Bibaboh. In einer Gemeinde, wo ich doch alle ein bisschen kannte, haben wir das dann auch gemacht und umgesetzt. Hat in Wahrheit nur mittelgut funktioniert und parallel ist, wie gesagt, die Smartphone-Welt aufgekommen und hat sich einfach viel schneller, viel besser als die klare Lösung dargestellt und dann haben wir natürlich relativ schnell die andere Sparte abgedreht und alles dann auf die mobile Version gesetzt. Sehr spannend bei euch ist ja auch, es haben ja einige Investoren auch vor den großen Deals, auf die wir später noch zu sprechen kommen, auch schon bei euch angeklopft, zu denen ihr aber auch erstmal nein gesagt habt. Und jetzt sind die Struggles als Gründerin oder Gründer natürlich auf der einen Seite will man sein Produkt optimieren und eine optimale Leistung bieten, auf der anderen Seite brauchst du ja irgendwo auch Geld, um das Ganze zu machen. Man muss ja nebenbei auch leben. Und wie geht man dann quasi um mit solchen Anfragen und wie schafft man es, die auch richtig einzuordnen? Ja genau, zwei Dinge. Also ganz am Anfang haben wir tatsächlich schon nach Investoren gesucht und jeder wusste, warum es nicht funktioniert. Das ist ein bisschen ein österreichisch-deutsches Phänomen. Wenn du mit einer Idee oder etwas am Tisch kommst, weiß einmal prinzipiell jeder, warum es nicht funktionieren wird. Dann haben wir gesehen, wenn wir kein Geld kriegen, können wir uns entweder aufhören oder wir machen weiter. Und wir haben halt weitergemacht und haben halt am Wochenende gearbeitet. Wir haben für einen großen Energy-Trinkhersteller die Apps gebaut, für Mobilfunkanbieter in Österreich und haben das Geld, ich habe an der Fachhochschule unterrichtet mit 26, und wir haben das Geld halt genommen, um unsere Mitarbeiter zu zahlen. Weil wir vier Gründer haben uns die ersten eineinhalb Jahre Null Euro ausbezahlt, dann glaube ich ein Jahr lang 900 Euro brutto im Monat, auf deine Frage dann auch zu kommen. Man muss auch irgendwie leben. Ja, aber man lebt wahrscheinlich dann sehr reduziert oder wenn man jetzt nicht viel Geld hat, kann man nicht viel Blödsinn machen, kann man viel arbeiten. Das ist auch wieder der Vorteil ein bisschen in dieser Welt. Klingt so ein bisschen überzogen gesagt, aber es stimmt schon sehr viel, weil du musst wahrscheinlich am Anfang all in gehen und all in ist natürlich auch die zeitliche Komponente, weil ganz klar mehr Input, mehr Output, bin ich 100 Prozent davon überzeugt. Wenn man jetzt, wer sagt, er möchte Entrepreneur werden mit 38,5, dann glaube ich nicht, dass das was wird. Also ich wünsche es jedem, aber die Realität ist eine andere. Welche Kriterien müssen gegeben sein, wenn jetzt beispielsweise Schaeffler ein interessantes Startup entdeckt? Also worauf blickt man da als allererster? Sind das die Umsätze? Ist das das Produkt? Ist das vielleicht auch so eine Marke, ob es da ein Brandfit gibt? Also welche Kriterien müssen dann gegeben sein? Also bei Schaeffler ist sehr, sehr wichtig ein sogenanntes strategisches Rational. Und das strategische Rational ist eigentlich nie, dass wir Companies suchen, in die wir investieren, um daraus einen kommerziellen Benefit primär zu schlagen, sondern vielmehr die Frage, gibt es beispielsweise einen technologischen Aspekt, wo wir sagen, wenn wir gemeinsam mit dem Startup an der Technologie arbeiten, können wir die dann bei uns in der Produktion einsetzen und die schafft uns dann einen Wettbewerbsvorteil. Und das ist dieses strategische Rational zu sagen, einerseits wir innovieren, sei es auf der Produktseite oder in der Technologie, nutzen dann diese disruptive Idee, um uns als Unternehmen dann einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, aber eben auch, und das ist der große Benefit für das Gründerteam oder das Startup, dem Startup die Möglichkeit zu geben, ihre Idee im industriellen Kontext so früh wie möglich auszuprobieren und auch zu lernen, dass es was anderes ist, eine Lösung in der Sandbox zu bauen, als dann wirklich ready zu machen für den industriellen Einsatz. Und ich glaube, das ist so ein Win-Win, bin ich der festen Überzeugung. Und da sind wir auch sehr erfolgreich auf Schaeffler-Seite, wenn man so rangeht an die Geschichte. Das heißt, eine konkrete Idee, wie für beide Seiten das Gründerteam und eben auch für Schaeffler ein Value entstehen kann und der Value nicht primär finanziell getrieben ist, sondern eine gemeinsame Entwicklung. Und natürlich, und du bist da, ich glaube, das leuchtende Beispiel dafür, mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtig, ist irgendwie ein passionate Team, wo man einfach spürt, die brennen für die Sache und die fallen nicht beim ersten Nein-Sager um, der um die Ecke kommt von uns. Und als erstes mal die Idee, Challenge oder die Technologie, sondern jemand, der brennt und ein Team, was brennt und dann wirklich auch glaubhaft vermittelt, wir sind bereit, für den Erfolg der Lösung zu kämpfen. Das heißt ja auch oft, dass man in den Gründen auch investiert, nicht nur in die Idee. Absolut. Ja, wahrscheinlich sogar viel mehr. Und man muss fair sein, wenn man so Start-ups im Nachhinein anschaut, ganz viele pivoten oder drehen die Idee eigentlich am Weg oftmals um. Auch die ganz erfolgreichen, die man sich heute irgendwie kennt oder so, ist sehr oft passiert, dass die Ursprungsidee nur mehr im Bruchteil da ist. Also ich bin voll bei dir, Roberto, was du sagst. Gerade das Team, das Gründerteam ist auch, ich habe über 40 Start-up-Investments und am meisten überhaupt in der ganz Early-Phase, da ist ja noch oftmals ganz wenig da. Und ich sage immer, Idee ist 10% wert, weil es ist eigentlich alles Execution. Also selbst die mittelmäßige Idee mit einem Top-Team ist viel, viel besser wie die Top-Top-Idee mit einem mittelmäßigen Team. Also da würde ich einfach einmal unterstreichen, was wir gerade gehört haben. Wie sehr identifiziert man sich auch aus persönlicher Sicht dann mit dem eigenen Start-up? Also wo ist dann die Trennung noch zwischen Florian und Runtastic? Oder verschmilzt es dann irgendwie auch in der Außenwahrnehmung? Oftmals bist du ja auch im Artikel beschrieben worden als Mr. Runtastic und so. Also kann durchaus ja auch schwierig sein, da eine Trennung zu machen. Ich glaube, zwei, drei Dinge. Also auf der einen Seite muss es im Team klar sein, mit deinen Gründerkollegen ist es für alle okay. Bei uns waren alle froh, dass ich da quasi auf jeder Bühne war und überall und die anderen ein bisschen im Hintergrund. Hat alles seine Vor- und Nachteile, wenn man ein bisschen öffentlicher ist. Aber am Ende des Tages finde ich es natürlich schon sehr sinnvoll, wenn man sich mit einem Produkt identifizieren kann. Wenn man das Ganze lebt, wenn man brennt dafür, wenn man es selber testet und, und, und. Aber ich habe auch ein anderes Unternehmen mitgegründet, da machen wir GPS-Tracking für Hunde und Katzen. Da ist der CEO gar nicht so nahe dem Thema. Und das kann trotzdem funktionieren. Ein Freund von mir hat eine Hotelsuchmaschine gegründet, jetzt sehr, sehr erfolgreich, hat mit dem nie was am Hut gehabt. Sondern den haben halt mehr die Algorithmen und die Challenge interessiert. Aber noch einmal, ich glaube schon, dass es am besten wäre, wenn du einfach einen totalen Bezug hast. Weil das ist wie das Hobby zum Beruf zu machen. Und dann fühlt sich das auch nicht immer wie Arbeiten an. Also das macht schon Sinn. Und vielleicht auch mit Blick auf ein Team bewusst auch zu sehen, dass es so eine Rollenverteilung gibt. In der Regel ist es ja nicht ein einzelner Gründer, sondern zwei oder drei oder ein Team von wenigen Leuten. Und bewusst auch zu sagen, das sind Rollen bewusst auch vergeben an die unterschiedlichen Charaktere. Der eine ist eher der Techie, ist der Mastermind hinter der Technologie oder hinter der Lösung. Da ist derjenige der Sales Guy oder der, die Rampensau im Sprech. Und der verkauft das Produkt und genau die Mischung. Und jeder bringt da quasi eine Equal Position an den Tisch. Und gemeinsam haben sie ein Produkt, hinter dem sie zu 1000 Prozent stehen. Aber das ist auch ein sehr interessantes Thema, das Thema Rollen generell. Jetzt war es ja bei euch eine Gruppendynamik quasi. Und vor allem dann, wenn Dinge wachsen, wenn Erfolge da sind und auch eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit und so, können sich ja auch persönliche Präferenzen ein bisschen ändern. Und auch der Need, sich selbst darzustellen, war das jemals ein Thema bei euch, dass es da auch mal Reibereien gab im Team? Dass man gesagt hat, okay, du bist ja quasi der Frontmensch, der überall auch die Artikel bekommt und die Preise bekommt und so weiter. Also fühlt man sich da als Co-Gründer womöglich auch mal so ein bisschen vernachlässigt? Gute Frage. Bei uns Gott sei Dank nie. Mit meinen Co-Foundern war es wirklich nie ein Thema, weil es von Anfang an sehr klar war, wir haben sogar die ersten eineinhalb Jahre, haben wir eine E-Mail-Adresse CEO at Runtastic.com gehabt. Und das haben alle vier mal bekommen, bis wir dann irgendwann einmal gesagt haben, okay, jetzt geht es nicht mehr, die Firma wird gerade zu groß und wir brauchen klare Rollen. Und dann war es auch ganz klar, dass ich halt mehr Produkt- und die CEO-Rolle mache. Zwei Gründerkollegen mehr die CTO-Rolle. Und der Alfred hat so CFO, COO, aber mehr CFO gemacht. Das war bei uns tatsächlich nie ein Thema. Ich glaube, bei den Mitarbeitern dann war es wieder viel mehr Thema. Österreich ist ja auch ein bisschen so ein titelgeiles Land, daher X und Y und auf dem LinkedIn-Profil und wer ist Head of und wer ist VP und so weiter und so fort. Also da haben wir schon viel gelernt am Wachstum auf 250 plus Leute, wie relevant es dann auch ist, im Organigramm eine klare Struktur zu haben, zu verstehen, was heißt das auch, was ist der Unterschied zwischen Junior-Developer und Senior-Developer und auch überhaupt damit zu lernen, dass nicht jeder Lead werden kann, sondern dass es Expertenpfade braucht. Also alleine das könnte man wahrscheinlich viele Stunden damit ausfüllen. Man lernt halt mit dem Wachstum, mit der Dynamik. Man lernt auch, dass mit 20 Leuten, kennst du jeden beim Namen, mit 100 vielleicht auch noch, aber bei 250 nimmt man 27 Praktikanten. Biberboot, das ist halt dann auch ein kleiner Konzern schon. Also wir sind noch ganz weit weg vom Schäffler-Konzern, aber trotz allem hat es eine ganz andere Dynamik und deine Aufgabe als CEO verändert sich über die Jahre x-mal, weil es einfach, noch einmal, bei 20 Leuten weißt du beim Mittagessen, was macht jeder, wie geht es der Frau, deinen Kindern zu Hause. Also du hast einfach einen ganz anderen Bezug wie bei 250 Leuten, wo du natürlich aus 41 Nationen bei weitem nicht mehr alle kennst oder die Storys dahinter kennst. Lass uns auch noch einmal auf das Produkt Runtastic zu sprechen kommen. Ich meine, so ein Produkt entwickelt sich natürlich mit der Zeit. Ihr habt gesehen, okay, die eigenen Strecken sind es vielleicht eher nicht, sondern das, was es ja heute auch noch ist, quasi eine Tracking-App, wo du aber auch durchaus auch noch einmal so diese Social-Media-Komponente irgendwie mit aufgreifst. Menschen haben ein eigenes Profil. Du hattest ja auch ein öffentliches Profil. Man konnte dir auch folgen und sehen, wo bist du gelaufen und zu welchen Zeiten und so weiter. Genau, sogar live. Das war ganz interessant eigentlich. Wie habt ihr immer den Zahn der Zeit gefunden und gewusst, okay, dahin muss ich das jetzt entwickeln? Ich glaube, zwei, drei Dinge. Wir haben natürlich gesehen, wir haben ein, zwei Mietbewerber aus den USA gehabt, die beide gut gefundet waren mit vielen Millionen Dollar damals und wir waren eben nicht gefundet. Und wir haben gesagt, wir haben vielleicht einen strategischen Vorteil in Europa, den die USA nicht hat. Wir haben hier verschiedene Sprachen und verschiedene Kulturen. Wir haben aber genau null Euro Budget, dass wir da irgendwas machen. Wir haben dann die App Deutsch und Englisch, das haben wir selber geschafft, sage ich einmal. Aber alles Weitere und dann haben wir gesagt, was können wir machen? Schauen wir in die Datenbank rein, wer läuft in Italien, wer ist aktiv? Haben drei Leute angeschrieben, haben gesagt, möchte jetzt uns helfen, die App auf Italienisch zu übersetzen. Wir haben kein Geld, aber wir würden sie freuen. Und binnen drei Wochen haben wir die App dann in Italienisch, Spanisch und Französisch übersetzt gehabt und haben dann irgendwie schon fünf Sprachen gehabt. Und das hat uns sowohl bei Apple, bei Google dann Aufmerksamkeit gegeben, weil wir halt lokalisiert haben das Ganze. Und natürlich für die Usergruppen war das auch noch einmal ganz was anderes, weil in Spanien ist halt Englisch einfach noch nicht so verbreitet gewesen 2009 und in Frankreich schon gar nicht. Und das hat uns irrsinnige Geschwindigkeit gebracht, durch dieses Lokalisieren und durch einfach ein bisschen die Marketingmaßnahmen an das Land, an die Kultur, an die Sprache, an die Umgebung anzupassen. Und das war ein, zwei so Growth Hacks, die wir immer wieder gemacht haben, die uns irrsinnigen Boost gegeben haben mit dem Wachstum. Gab es irgendwann in deiner Geschichte, wenn du sie so ein bisschen Revue postieren lässt, diesen einen Punkt? Also oftmals erzählen ja vor allem Gründer, wenn sie ihre Success Story erzählen, so ja, damals war es der Punkt. Ich habe vor kurzem mit Daniel Kraus gesprochen, einem der Gründer von Flixbus, der erzählt hat, okay, da gab es dieses Liberalisierungsgesetz und dann haben sie gewusst, okay, da ist was möglich halt. Und gab es bei euch auch so diesen einen Punkt, wo ihr gewusst habt, okay, aus dieser guten Idee Runtastic ist gerade vielleicht diese Million-Dollar-Idee Runtastic geworden? Ja, es war tatsächlich schon dann so nach eineinhalb Jahren, wie wir dann auch Cashflow-Positiv geworden sind, in dieser Schnelligkeit, wo wir dann auch gewusst haben, okay, wir müssen am Wochenende jetzt nicht mehr für die anderen arbeiten, damit wir unsere eigenen Leute zahlen, sondern schon langsam funktioniert das ganze System. Natürlich jetzt hier an irgendwelche dreistellige Millionenbeträge zu denken, das wäre irgendwie vermessen gewesen, das zu sagen zu der Zeit. Aber wir haben dann schon gesagt, okay, das geht in eine verdammt gute Richtung. Du machst einen App-Store auf, wir waren durchgehend eigentlich in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich die Nummer eins im Herz-Bereich in unserer Kategorie. Wir waren Oberall immer wieder die Nummer eins. Apple International meldet sich, Google meldet sich. Also da haben wir schon eine tolle Dynamik reinbekommen, wo wir gewusst haben, okay, wir müssen da jetzt dranbleiben und eben wir verdienen mehr Geld, als wie wir ausgeben. Und noch einmal, das fühlt sich einfach auch wirtschaftlich gut an dann. Und das war schon so ein wichtiger Meilenstein, wo man dann auch gewusst hat, wahrscheinlich war es eine gute Idee, das Ganze zu gründen gegenüber allen anderen oder vielen, die es nicht gewusst haben und natürlich die Eltern skeptisch und sowieso jeder, weil, keine Ahnung, man macht Ausbildung. Ich habe gerade über drei Monate gearbeitet in meinem Leben, also als Angestellter, und habe dann irgendwie das alles hingeworfen und die Mama war fertig, war für mein Auto wieder weg und kein Gehalt mehr. Und ich habe gesagt, notfalls muss ich wieder am Bauernhof ins Zimmer einziehen, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Da hat sie gesagt, ja, es hilft eh nichts, aber ja, haben sie am Anfang auch nicht so gut gefunden. Also das war schon ein sehr wichtiger Punkt, ein sehr wichtiger Meilenstein. War das aus persönlicher Sicht auch schwierig, mit so einem Erfolg umzugehen? Er wird ja oftmals als sehr positiv beschrieben, aber mit so einem Erfolg wächst natürlich auch so eine Messlatte, an der man gemessen wird. Gleichzeitig kommen ja dann ganz viele Themen auf. Man hat mehr Teamverantwortung. Das Unternehmen ist eine größere, eine gesellschaftliche Verantwortung vielleicht auch. Ja, aber, weißt du, man ist relativ jung oder wir waren da relativ jung und man macht das alles das erste Mal, man hat ja keine Ahnung. Das sagen ja auch viele dieser Unternehmer, würden sie vorher wissen, was auf sie zukommt, würden sie die Reise nie wieder machen, hat gerade der neue, also der Nvidia-CEO auch wieder gesagt, da würde die Reise noch einmal gehen, sicher nicht. Jetzt war alles weiß, obwohl er das größte oder werfvollste Unternehmen zumindest zwischenzeitlich der Welt aufgebaut hat. Aber was ich sagen will ist, es war eigentlich immer sehr positiv getrieben und was sicherlich ein bisschen schade war, man hat die Erfolge relativ wenig feiern können, weil wir waren so in einem Rad drinnen, weiter, 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 mehr, 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 im Sinne auch von, da ist eine Dynamik da und auch immer nicht Angst, aber immer Respekt davor auch, das muss nicht immer so weitergehen, also wir müssen auch dranbleiben. Darum haben wir dann auch ein bisschen diversifiziert, ja die Rad-Apps gemacht, Kraftsport-Apps mit Rantastic Results und so sind ein bisschen in die Breite gegangen, aber natürlich, wir haben unglaubliche Reichweite dann, wir haben glaube ich im Durchschnitt dann am Tag schon über 100.000 Downloads generiert und das ist halt schon geil am Ende des Tages, wenn du weißt, jeden Tag gibt es irgendwie 100.000 Menschen in dieser Welt, die mit deinem Produkt in Berührung kommen. Die Verantwortung war da schon auch da, da dürfen keine Fehler mehr drin sein, da können wir jetzt nicht einmal irgendwie am Tag haben oder die App geht einmal zwei Stunden nicht, weil auch über die Zeitzonen verteilt war das einfach nicht mehr möglich, weil immer irgendwer live war. Also wir hatten super viele Dashboards, damit auch die Mitarbeiter und wir alle mitbekommen, was ist da draußen eigentlich los. Wie war euer Geschäftsmodell da am Anfang? Also Pay per Download oder dann? Genau, es hat eine kostenlose App gegeben und eine bezahlte App um 4,99. Es hat ja noch keine Subscription und keine Abos im mobilen Bereich gegeben. Wir haben dann von unserer Webseite schon ein Premium-Abo gehabt, dass du alle Features bekommen hast. Das war auch sehr gut, weil so sind wir schon in ein nachhaltiges Geschäftsmodell rein und wie Apple dann sozusagen die Subscriptions aufs mobile Endgerät ausgerollt hat, haben sie das am Anfang mit der Newspaper-Category gemacht, also bei Zeitungen und die klassischen New York Times und wie sie alle heißen und dann relativ schnell im Health- und Fitness-Bereich und dann haben wir das im Mobil auch umgestellt. Und parallel in der kostenlosen Version haben wir Werbung drinnen gehabt. Also da war auch das Werbemodell Anfang in mobilen Apps war noch sehr spannend. Hat es einige gute Firmen gegeben und du hast richtig Geld verdienen können mit Werbung. War das schon immer eure Idee, dann quasi so eine Bezahl-App zu machen? Ja, von Tag 1 an. Das war auch der große Vorteil gegenüber den Amerikanern, die gefundet waren, wo es nur die kostenlose Version gegeben hat, die viel später dann Bezahlversionen bauen haben müssen und die User natürlich dann teilweise auch nicht positiv waren, wenn man nach fünf Jahren irgendwie bezahlt einführt und, und, und. Und wir waren von Anfang an, weil wir auch Geld verdienen mussten und jetzt haben wir natürlich auch sehr viel gelernt. Da geht es ja auch um Optimieren, AB-Testen, Conversion-Rates, wo, wann, fragst du den Kunden, ob er jetzt zahlen möchte und so. Und da waren wir schon sehr gut aufgestellt. Also das war im Nachhinein betrachtet alles auch ziemlich gut, dass es von Tag 1 an ein Bezahlmodell gab. Jetzt haben wir gerade schon die Vergrößerung angesprochen. Stichpunkt Silicon Valley. Ist ja auch interessant, dass ihr quasi auch, ich lasse mich lügen, 2012 war es, glaube ich, nee, 2011, habt ihr den ersten Mitarbeiter im Silicon Valley gehabt. Also wie kam das überhaupt zustande? Was war der Gedanke dahinter? Ja, weiß ich noch sehr gut. Relativ einfach. Wir haben gesagt, da gab es so ein bisschen Apple- und Google-Kontakte in Europa, aber eigentlich nicht, wo die her sind. Und es war wirklich so, also wir wussten wenig, dann haben wir googelt, wo sitzt Apple, Cupertino, wo ist Cupertino? Ah ja, das ist da in der Nähe von San Francisco, Silicon Valley, cool, klingt gut, müssen wir rüber. Und ich habe gesagt, ich fliege rüber, haben eine Förderung in Österreich gesucht, ich weiß noch, WKO, Wirtschaftskammer Oberösterreich, Gazellenförderung, zahlen dir den Flug und ein kleines Hotel. Ist genehmigt worden und ich habe gesagt, ich fliege erst dann heim, wenn ich eine Visitenkarte von Apple habe. Das war meine einzige Mission. Und dann haben wir das gemacht, dann haben wir da wirklich mit dem App Store im fünften Meetup irgendwo, null Ahnung, schlechtes Englisch, aber halt, ja, bist alleine und probierst und versuchst halt zu tun. Wen kennengelernt, ja, dann habe ich connectet mit dem App Store Team und der App Store Guy hat mir gesagt, ja, sie würden uns gern global helfen, aber wir sind ja in Europa und wir haben kein Büro in der USA und somit kann mich eher nicht international pushen. Dann heimkommen, ein Boardmeeting, das hat er erzählt, da waren ein paar Boardmembers schon dabei, ein paar Externe und eine Frau hat gesagt, naja, ich habe gerade in Spanien auf der ISADE, da studiert, mir einen MBA gemacht, da freuen wir mich, der ist aus San Francisco, der ist ganz gut drauf und so. Dann haben wir noch im Boardmeeting, weiß ich, mit seinem Blackberry den geschrieben, der hat noch zurückschicken. Nächsten Tag haben wir telefoniert, eine Woche später war er da vorstellen, zwei Wochen später haben wir das erste Büro mit einem Mitarbeiter in der USA gehabt und somit hat es eine fantastische USA-Division gegeben und wir waren in der USA connected, das International Company. War wirklich eine coole Story gewesen. Stark. Roberto, Silicon Valley, ihr macht ja auch viel im Silicon Valley. Wie ist jetzt da der Ansatz? Ich meine, ihr habt ja auch in Deutschland quasi IT-technisch, sieht man ja auch hier am Office, quasi eine Base, aber was ist der Ansatz, wieso geht jetzt Schäffler in Silicon Valley? Eigentlich eins zu eins die Story, wie Florian gerade geschildert hat, wenn du das Ökosystem verstehen willst, wenn du da reinkommen willst, wenn du auch überhaupt erst mal den erfahren willst, mit welchem Speed und mit welcher Denkweise dort Innovation vorangetrieben ist, dann musst du einfach dort sein. Wir haben einen großen Footprint seit jeher, seit 50 Jahren in den USA, sehr ostküßt getrieben, weil da quasi unsere Produktionswerke sind und selbst die Distanz ist ein viel zu großer Distanz und auch viel zu kultureller Unterschied. Ich bin in der Regel einmal irgendwie im Jahr in den USA im Silicon Valley und ich komme jedes Mal mit größeren Augen zurück, wenn man mal die Experience kriegt, was da geht. Und deshalb war die Entscheidung von Schäffler auch, gerade wo wir dieses Thema Digitalisierung so konsequent dann auch angefangen haben umzusetzen, sehr, sehr klar, auch ein Office, damit fängt es an, im Silicon Valley zu haben, was wir heute noch haben, in San Jose, quasi so im Core von den Startups und eben dann eben nicht aufzuhören und einfach halt ein paar Leute da zu haben, sondern bewusst quasi den Zugang zu finden zu dem Startup-Ökosystem. Wir sind Partner von Plug & Play seit vielen Jahren und versuchen eben dort über quasi so dieses kleine Team im Silicon Valley konsequent quasi zu verstehen, was sind die Technologien, die Emerging Technologies, was sind die Startups, gemeinsam mit Plug & Play auch zu scouten gewisse Technologiefelder und eben dann die Brücke zu schlagen nach Schäffler und auch den Startups dann einen Link zu geben, schnell einen Fuß zu fassen bei Schäffler und ihre Lösung beispielsweise in so einem Werk auch ausprobieren zu können. Und das sind selbst die fünf Stunden Flugzeit zu groß zwischen Ost- und Westküste und deshalb eine der besten Entscheidungen, die wir da getroffen haben in der Vergangenheit, wirklich dort ein Office zu haben. Wir diskutieren jetzt viel intensiver noch, das auch breiter auszubauen, weil eins haben wir auch gelernt, einen Startup selbst von der Westküste an die Ostküste zu bringen, um mal einen POC, so ein Proof of Concept zu machen. Das ist eine Riesenhürte für einen Startup mit fünf Leuten, die eine mega gute Technologie haben, aber dass wir dann den Gründer und seine zwei besten Tech-Leute in den Flieger bringen und sagen, jetzt geht er mal in der Woche zum Schäffler. Zeigt mal, was ihr könnt, ihr kriegt noch keinen Cent, weil wir müssen erst mal sehen, ob eure Technologie was taugt. Das ist eine Riesenhürte und deshalb überlegen wir, auch ein Environment zu schaffen, wo Startups in einem fabrikähnlichen Umfeld von Schäffler Dinge im Silicon Valley schon ausprobieren können. Wo wir einfach mal zeigen, wie sieht so eine Schäffler-Fabrik aus, wo vielleicht eine Schäffler-Maschine da steht, wo Spezialisten da sind, die verstehen, was heißt es bei Schäffler, in der Produktion auch eine Lösung zum Einsatz zu bringen und einfach auch die Eintrittsbarriere für das Startup, ihre Technologie zu zeigen und auszuprobieren, deutlich geringer zu gestalten. Was kannst du sagen über die kulturellen Unterschiede, wenn man jetzt oftmals, spricht man ja von der Startup-Culture und dass viele Konzerne ja versuchen, sich diese anzueignen, die ja oftmals auch sehr positiv dargestellt wird. Auf der anderen Seite, du wirst das kennen, am Anfang viel Wachstum, dann ist aber auch viel Chaos noch dabei, dass man versucht, irgendwie zu gründen. Sind das auch so Vorteile, die man sich erhofft, aus solchen Kollaborationen zu sagen, man eignet sich so eine Startup-Culture mit ein? Es ist ja ein weiter Weg, quasi so ein großes Schiff wie den Schäffler als etablierter Konzern mit 75 Jahren Historie in irgendeiner Form und es wird nie gelingen, das zu einem Startup zu machen, aber überhaupt erst mal die Möglichkeit zu haben, Leute wie mich, die irgendwie gelernt haben, wie Produktion funktioniert, aber irgendwie keinerlei Vorstellung davon haben, mit welchem Speed, mit welcher Passion, nach welchen Prinzipien da Entscheidungen getroffen werden, überhaupt das mal zu erleben, die Möglichkeit überhaupt zu schaffen, das ist, glaube ich, da fängt es an. Also viel mehr Leute überhaupt mal in das Ökosystem da reinzubringen und mal selbst zu spüren zu lassen, dass wir natürlich über Prozesse diskutieren müssen, natürlich über Organisationen, aber das interessiert so einen Fünf-Mann-Startup mit einer guten Idee gar nicht. Die wollen machen, machen, machen und über Zeit, wie du es auch gesagt hast, natürlich diskutiert man irgendwann, auch über eine Organisation und irgendwann habe ich eine Größe, wo ich auch Fokussierung brauche, aber überhaupt erst mal zu erleben, was Entrepreneurship heißt und was es heißt, aus einer Idee, aus einer genialen Idee, auch ein Geschäft zu machen, ein tragfähiges Geschäftsmodell, ich glaube, das ist überhaupt mal den Schritt, den wir gehen müssen und natürlich treibe ich in meiner Organisation, wie ich als Schäffler, natürlich Initiativen voran, wo es darum geht, uns auch zu öffnen, was agiles Arbeiten angeht, etwas Entrepreneurship im Sinne von Eigenverantwortung zu übernehmen, selbst zu entscheiden und nicht immer auch nur nach oben zu schauen und zu sagen, naja, dafür haben wir doch einen Manager, der muss eine Entscheidung treffen, wirklich so dieses Enablement, an eine Idee zu glauben, auch einen Freiheitsgrad in dem Unternehmen zu geben, Innovation vorantreiben zu können, das sind so die guten Dinge, die wir uns hoffentlich bei so kleinen Startups und bei im Silicon Valley, wenn wir das mal so ganz platt sagt, abschauen können, um auch so ein großes und trotzdem erfolgreiches Unternehmen wie Schäffler in ein Zeitalter zu bringen, wo das viel wichtiger ist als auch in der Vergangenheit, weil die Veränderungsgeschwindigkeit um Welten größer ist, als wo wir vor 75 Jahren angefangen haben. Jetzt hast du gerade das Thema Entscheidungen angesprochen und da gab es 2013 für euch den ersten richtig großen Meilenstein, denn Axel Springer steigt ein mit 50,1 Prozent bei Runtastic. Du aus Gründersicht quasi, was verändert das, vor allem auch in deiner Rolle, in deiner Entscheidungsfreiheit, wie du das Unternehmen weiter treibst, an der Vision vielleicht auch, also inwiefern kommt dann so ein Fremdinvestor rein und gestaltet dann mit oder war das eher der Ansatz zu sagen, hier, wir beteiligen uns, aber macht mal euer Ding. Genau, also eher zweiteres, es hat sich sehr, sehr wenig für uns operativ verändert und de facto gar nichts an unserer Vision. Wir wollten natürlich ein bisschen das Netzwerk nutzen, man darf Axel Springer gar nicht unterschätzen, in wie viele digitale Unternehmen die investiert sind, haben immer schon sehr gut M&A und Startups und Investments verstanden, somit ein bisschen die Türe aufgegangen zu anderen erfolgreichen Startups, Kedups, die schon weiter waren wie wir und parallel hatten wir aber auch die Möglichkeit, durch gewisse Tagalong, Dragalong auch zu sagen, wollen wir weiterverkaufen, dann können auch das wir initiieren, obwohl sie Mehrheitsanteilhaber sind. Also wir haben ja den Vertrag, glaube ich, schon sehr sauber gebaut, war natürlich auch ein gutes erstes Secondary für uns, wo wir vier Gründer durchaus auch einmal schon sehr, sehr gutes Geld verdient haben. Das ist auch so ein grünes Häkchen dann im Leben schon einmal, dass man weiß, das Projekt per se war mehr, mehr als erfolgreich und natürlich kann man dann noch einmal zwei Liegen größer denken, weil man auch weiß, okay, ein paar Schäfchen sind im Trockenen sozusagen, aber wir wollen das eigentlich ganz, ganz groß denken und bauen und da haben sie uns sehr gut unterstützt und umgekehrt auch nicht gestört. Also ich glaube, da waren beide Komponenten einfach wichtig. Und wenn man das Ganze jetzt aus so einer persönlichen Ebene betrachtet, war es für dich auch so in der Denke zu sagen, okay, jetzt ist quasi doch ein Mehrheitsanteil, aber mit dabei, quasi 50,1 ist ja dann doch 50,1. Klar, also 100 Prozent, aber ich glaube, wie wir das ganze Regelwerk ausgelegt haben, war uns das jetzt relativ egal, ob das jetzt 49,9 oder 50,1 gewesen wäre, weil wir haben gewusst, wir sitzen noch im Driver Seed und wir können eigentlich sehr, sehr viel selber bestimmen, aber auch hier wieder immer der Gedanke, dass wir miteinander weiterkommen und im Wachstum wird uns keiner stören, so war es ja dann später auch. Das hat gar nicht, das endet schon einiges, aber umgekehrt gar nicht so viel. Also es war jetzt nicht in der operativen Arbeit und in all den, auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen war da jetzt keine große Veränderung, Gott sei Dank, spürbar. Im Gegenteil, es sind da und dort Dinge ein bisschen professioneller geworden, Financial Reporting, Dinge wie diese, wir haben eigentlich einen super guten CFO dann, Überspringer, der dort bei einer Beteiligung war, zu Runtastic geholt, das hat uns auch noch einmal auf ein neues Level gebracht. Da waren, würde ich meinen, die Synergieeffekte auf alle Fälle, Gott sei Dank, auch im Nachhinein betrachtet, positiver, als wie irgendwelche Dinge, wo ebenfalls wieder der Konzern, der Investor, oder wer auch immer gekommen wäre, der uns irgendwo gebremst hätte. Die haben das sehr gut verstanden. Roberto, welche Herausforderungen siehst du da, wenn man jetzt quasi sich dazu entscheidet, vielleicht auch als Schäffler in so ein Startup zu investieren und auch zu sagen, ich eigne mir vielleicht auch so eine Mehrheit an mit 50,1. Auf der anderen Seite will man natürlich auch sein Portfolio erweitern, vielleicht auch die eigene Brand mit platzieren. Auf der anderen Seite sind das ja genau, also man investiert in Runtastic, weil man den Florian gut findet und weil man Runtastic gut findet. Das heißt, es ist schon ein schmaler Grad, da irgendwo zu entscheiden, wie aktiv gestaltet man dieses Geschäftsmodell mit oder man nimmt sich eben los. Absolut und du hattest es ja in der Einleitung erwähnt, durfte der ja selbst bei Schäffler die ein oder andere Erfahrung sammeln. Ich glaube, die große Gefahr ist immer, dass dann der große Tanker des Konzerns kommt und einfach, weil er eben auch so die Mechaniken von so einem kleinen Unternehmen nicht versteht oder auch bewusst nicht verstehen will und einfach dann sagt, das muss aussehen wie der Großkonzern, das muss funktionieren wie der Großkonzern, da brauchen wir Strukturen wie im Großkonzern und ich glaube, da gibt es genügend Negativbeispiele, die dann in kürzester Zeit dazu geführt haben, dass eine gute Technologie und eine gute Idee wieder vom Markt verschwindet, weil man einfach gesagt hat, okay, man integriert jetzt. Wir sind Mehrheitseigentümer oder sogar vielleicht hundertprozentiger Eigentümer und sagt, das muss jetzt so funktionieren, die 50-Mann, das 50-Mann-Startup wie in einem 80.000-Leute-Konzern. Gott sei Dank sind wir da bei Schaeffler anders unterwegs, wo wir damals und jetzt die heutige Schaeffler Digital Solutions als Unternehmen übernommen haben, haben wir eine 100-Prozent-Akquisition gemacht, aber eben genau da die richtige Balance gefunden zu sagen, natürlich ist es gut, gewisse Strukturen zu schaffen, eine Organisation, die auch andocken kann an die Mutterkonzernorganisationen, aber eben auch dem Unternehmen zuzustehen, dass es Spezifikas hat, die zugeschnitten werden müssen auf ein kleineres Unternehmen, dass ich ein schmales, leanes, eigenes Management-System brauche und eben nicht mit einem Konzernmanagement-System für 80.000 Leute da drüber bügeln kann. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen und es zahlt sich auch aus über Zeit und auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Vorteile dann für das gekaufte Unternehmen. Man professionalisiert Prozesse, man kriegt auch nochmal Kollegen an den Tisch, die mit einem anderen Blickwinkel auf das Unternehmen schauen und dann beispielsweise auch Wachstum ermöglichen, weil das ist das, was ich wahrnehme. Irgendwann, glaube ich, kommen so Startups an den Punkt, wenn sie in der Größe sind, keine Ahnung, 50 Leute, 60 Leute, da funktioniert es nicht mehr so mit diesem lateralen Führen. Jeder, der CEO und das Gründerteam weiß über alles Bescheid, etwas passiert, kann überall die Strippen ziehen. Irgendwann braucht es Strukturen, braucht es eine etwas professionellere Aufbauorganisation, braucht es vielleicht jemanden, der sich zu 100 Prozent mit Akquise von neuem Personal beschäftigt, um eben den Wachstumspfad auch zu ermöglichen. Und ich glaube, da ist der große Vorteil, dann auch mit einem Konzern zusammenzuarbeiten und die viele Erfahrungen und auch die Kompetenzen, die in einem Konzern sind, dann zu nutzen, um das Startup aufs nächste Level zu heben. Und das ist gar nicht, das ist ein Konzern, der bringt dann viel Geld mit, das ist vielmehr auch das Provisionalisieren von Organisationen, Prozessen, das Reinbringen von Kompetenzen. Und ich glaube, da steckt dann auch ein großer Win-Win drin. Aber alles immer nur in der Maßgabe, ich kann kein 50-Mann-Unternehmen mit einem 80.000-Mann-Unternehmen vergleichen und gar nicht erst versuchen, das so zu steuern. Wie waren die Gespräche mit Axel Sprenger zu dem Zeitpunkt? Also war das etwas, das du aktiv versucht hast zu verhindern, dass jetzt da ein Axel Sprenger kommt und dann halt irgendwie Axel Sprenger drüber stilbt über Runtastic? Also war dann klar, das Ganze funktioniert hier nur, wenn wir trotzdem Runtastic bleiben würden? Ja, ja, ja. Oder ergibt sich dann sowas auch nach dem Deal noch in so einer Dynamik? Nein, im besten Fall versucht man ja das vor dem Deal und während dem Deal schon klar festzustellen, ob die Unternehmen miteinander funktionieren werden, ob man da die gleiche Sprache spricht, ob man das gleiche Endbild sieht und Springer noch einmal war professionell genug, die haben ein eigenes M&A-Team gehabt, eigene Verticals, die wollten da auch bewusst keinen Axel Sprenger drüber ziehen, weil wäre es dann Axel Sprenger, die Marke selber ist ja jetzt auch nicht so bekannt, jetzt kann man sagen die Bild-Zeitung oder was auch immer, aber das würde ja dann alles nicht passen und wir haben da gut ins Beteiligungsmanagement gut reingepasst und haben sich auch gut entwickelt in der Zeit und super weitergewachsen, haben da und dort natürlich ein bisschen Hilfe auch mit in Anspruch nehmen können und das war logischerweise vorher alles gut definiert und ich glaube, das ist auch das Wichtige in einem Verkaufsprozess oder wenn man Anteile verkauft, dass man vorher versucht, in der Zeit offen, ehrlich alles zu klären und natürlich auch zu Papier bringen, so gut es möglich ist und das haben wir über einen längeren Zeitraum, das geht ja nicht von heute auf morgen zu einem Prozess, in dem Fall glaube ich hat ja knapp ein halbes Jahr gedauert, da lernt man sich auch gut kennen, da trifft man sich noch oft genug, da passiert einfach auch viel, dass man auch die DNA und einfach das Gespür von einem Gegenüber gut, so gut es möglich verstehen möchte und auch versteht im besten Fall. Und ich bin überzeugt, es braucht die Offenheit auf beiden Seiten. Ja unbedingt. Weil wenn es auf der Gründer- und Startup-Seite, wenn man sagt, okay man macht diesen Deal jetzt nur um irgendwie die nächste Investmentrunde zu machen und man bleibt dann für immer das Alien und dockt irgendwie nie an an den Konzernen, dann funktioniert es genauso wenig. Also der Käufer oder der Konzern muss eine Offenheit haben, dem Startup Zugeständnisse zu machen und auch verstehen, was Startup bedeutet. Auf der anderen Seite muss aber auch das Startup die Fähigkeit besitzen zu sagen, naja ich werde jetzt Teil von etwas Größeren und ich kann nur da erfolgreich sein, wenn ich nicht immer als das Alien wahrgenommen werde. Weil da gibt es auch genügend Beispiele, dass man auf Gedeih und Verderb als Gründer versucht zu sagen, ich bleibe bei meiner Marke, ich bleibe bei meiner Überzeugung, dass es nur diesen einen Weg gibt, erfolgreich zu sein und spätestens da entsteht die Reibung, auch mit den Entscheidern dann beispielsweise auf der Konzernseite und dann kann es auch daran scheitern, dass man immer als, die wollen immer was Besonderes sein, die wollen immer ihr eigenes Ding machen Genau, aber im besten Fall kommt so ein Deal dann gar nicht zustande, wenn man es im besten, aber du sagst es richtig, es passiert sehr oft sogar, genau, weil die Welt dann eine andere ist. Ja und dann geht als erstes der Gründer, weil er sagt, da habe ich keine Lust drauf, ich habe meinen Deal gemacht und dann kann man nicht zugucken, wie das ganze Ding Geschichte ist. In dem Fall hat es ja glücklicherweise gut funktioniert, die Zahlen und Erfolge geben euch ja recht, du hast vorhin 120 registrierte User, glaube ich, bei der App mal erwähnt, also die 100 Millionen Donuts Ja und dann werden natürlich auch größere Konzerne und auf euch aufmerksam und jetzt sitzen wir hier in Erzungen-Orach und nicht weit entfernt von hier wurde ja ein sehr lukrativer und sehr medienwirksamer Deal quasi mit der Adidas-Gruppe dann quasi gemacht. 220 Millionen Euro, für 220 Millionen Euro erwirbt die Adidas-Gruppe Runtastic. Nimm uns mal mit hinter die Kulissen, also wann war denn überhaupt der erste Kontakt mit Adidas? Ja, losgegangen ist im Jänner 2015 ist kein Mitbewerber von uns, sondern eine sehr erfolgreiche App namens MyFitnessPal, wo du deine Kalorien tracken kannst. Sie sind in den USA gegründet worden, der Mike Lee, der CEO, würde ich sogar damals guter Freund, habe ich oft getroffen auf diese App-Events, die waren da wirklich in den USA. Die App schlechthin, die sind von Under Armour damals für kolportierte 485 Millionen Dollar gekauft worden und das hat so einen Rumps in der Welt der Sportartikelhersteller, Digitalkonzerne, welche Fitness-Apps gibt es denn dann noch in der Welt und brauchen wir jetzt auch Daten, um unsere Produkte besser an den Mann und an die Frau zu bringen und dann ist relativ schnell losgegangen, dass einige Unternehmungen bei uns angeklopft haben. Sehr informell, aber das ist relativ in ein paar Tagen gegangen und wir haben dann gewusst, okay, das kriegt eine Dynamik, die wir wahrscheinlich selber alleine nicht so handeln sollten, sondern dass man das Ganze ein bisschen strukturiert von Anfang an in einen möglichen M&E-Prozess reinbringen, sprich in einen Merger and Acquisition-Prozess rein, haben uns da auch professionelle Hilfe gesucht und haben dann begonnen mit diversen Companies einmal ganz anfänglich, hast du da irgendeinen Two-Pager und einmal einen LOE oder irgendwie so ein Letter of Interest oder auf Intent von der gegenüberliegenden Seite, dass die Interesse haben, dein Unternehmen zu erwerben oder Teile davon und unter anderem war Adidas einer der Player logischerweise. Es war aber am Anfang keine lange gute Beziehung, weil der erste Call war relativ schnell auch zu Ende, weil wir einfach von den Vorstellungen so weit auseinander waren am Telefon, dass wir auch gewusst haben, okay, eigentlich braucht man nicht mehr recht viel weiterreden. Und dann hat sich das aber ein paar Wochen später noch einmal komplett gedreht, die Dynamik. Dann kam damals der ehemalige CMO und Produktverantwortliche Erik Littger bei Adidas, der ist nach Linz gekommen, hat uns besucht und wir haben so ein kleines, aber sehr feines Meeting gehabt, wo wir dann gemerkt haben, wir haben so das Gefühl gehabt, okay, da hat er einen coolen Plan, das ist auch richtig modern und richtig wow und umgekehrt hat er einen guten Respekt für das gehabt, was wir gemacht haben mit Unternehmenssprache Englisch und sehr innovativ und mega Reichweite und dann schon ein bisschen so Ideen, wie kann 1 plus 1 3 auch ergeben. Und aus dem Ganzen ist dann natürlich auch ein Prozess geworden, da waren mehrere Player dabei, unter anderem Adidas logischerweise und ja, am Ende des Tages war dann unter Vorstand oder Aufsichts, also unter Herbert Heiner, der damals noch CEO der Gruppe war, ist der Deal dann gemacht worden am 5. August 2015. Jänner ist losgegangen, war eigentlich relativ schnell für die Größe und sehr, sehr erfolgreich. Also auch im Nachhinein werde ich oft gefragt, ob ich das wieder alles so machen würde und wahrscheinlich würde ich alles wieder genauso machen wollen. Also war schon gut. Für beide Seiten. Ist ja im Kern eine ganz andere Verhandlung, wie du sie mit Axel Springer vorher geführt hast. Also auf der einen Seite kommt ein Investor und möchte ja quasi mit dir gemeinsam weitermachen und auf der anderen Seite hast du dann einen Investor, der sagt, cool, aber ich möchte alles davon haben. Also ich möchte Also ein Komplettverkauf, genau. Ist natürlich auch ein bisschen das eigene Baby aus der Hand geben, dann gibt man es dann wirklich aus der Hand. Genau. Wie schwer ist es, dem eigenen Baby ein Preisschild zu verleihen? Also gute Frage. Ich glaube, ich habe zwei Dinge gesagt, ich habe immer gesagt, wir werden nicht verkaufen, wenn, dann werden wir gekauft. Endet im Kopf total viel, weil es klopft wie an und will dich haben. Und wir haben so unsere Sweet Point irgendwo gehabt, wo wir gewusst haben, das ist unser Minimumpreisschild und darunter geht es nicht. War dann logischerweise, haben wir das auch ein bisschen überschritten, aber auch gar nicht so viel, würde ich meinen. Und da waren wir auch sehr hart zu uns selber, weil ich glaube, du musst dann auch einfach den Punkt nehmen und du kannst natürlich ein bisschen Referenzwerte von der Welt da draußen, wie auch immer, dass du dann die Mathematiken nehmen willst. Also du kannst jetzt kein Discounter-Cashflow-Modell natürlich im Startup-Bereich hier anwenden, aber mit gewissen Multiples, Wachstum und, und, und kann man sie schon zu Punkten finden. Und fairerweise muss man dann sagen, das Gute ist, wenn es mehr Nachfrage wie Angebot gibt, dann kriegt das Ganze eine gewisse Dynamik und dann musst du gar nicht immer selber den Preis treiben, sondern der wird auch getrieben und ja, es muss aber am Ende des Tages nicht alles um den Preis. Also wir haben Angebote gehabt, die waren um einiges höher wie das Adidas-Angebot. Also das war nicht der Höchstbietende, bei weitem nicht. Welche Kriterien neben dem Preis waren die jetzt richtig? Ich würde meinen, schon auch wieder, dass wir haben über 250 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gehabt und ich wollte, dass die Reise weitergeht für die und nicht du von einem Unternehmen gekauft wird, wo du weißt, morgen ist einmal die Strategie 1, 50% der Leute weg, in Konzernreihen, Name weg, du als CEO vielleicht gleich weg oder so. Wir wollten das schon so machen, wenn möglich, weiß man natürlich vorher nicht, aber dass es sich vom Bauch richtig anfühlt, dass man dann gemeinsam noch weitermachen kann und ich war dann ja noch dreieinhalb Jahre CEO und bei Adidas in der erweiterten Leadership-Gruppe, Vorstandsgruppe und das hat wirklich toll funktioniert. Ich glaube, das ist der Blueprint, eine Akquisition von Konzern, Startup mit allen drum und dran und da war jetzt nicht nur preisentscheidend. Das klingt zwar ein bisschen cheesy oder so, würde man sagen, ja, aber geht dann auch in der Due Diligence los. Bei anderen haben wir irgendwie 450 Fragen zum Beantworten bekommen, wo Fragen dabei waren, die so dumm waren oder so und hast du schon gewusst, wenn das so losgeht, wo wird das enden? Und da musst du auch irgendwann die Probability oder die Wahrscheinlichkeit, dass der Dealausgang erfolgreich ist, weil nur weil wer sagt, er will Aro X für dich bezahlen am Anfang, heißt das ja noch nicht, so einen Deal zum Abschluss bekommen und ein Deal ist ein Deal wenn der Black ist und der White und der Green ist und der Bank habe ich gelernt und ich habe auch in meinem Umfeld, wie gesagt, ich habe über 40 Startup-Beteiligungen schon Dinge gesehen, da haben wir Pressefotos gemacht für die Zeitung, da war alles fertig und der Deal ist am nächsten Tag am Morgen, obwohl alles unterschrieben war und alles durch ist, noch gescheitert. Und auch diese Wahrscheinlichkeit muss man mit ins Spiel und fühlt es sich gut an. Und dann war Adidas eigentlich wirklich der Player, der alle grünen Jackboxen gedickt hat und war ein toller Deal, auch im Nachhinein betrachtet und ich glaube für beide Seiten oder bin ich überzeugt für beide Seiten und auch die Jahre darauf waren noch phänomenal. Also ich war immer gerne mit Freude hier in Herzogen auch, ich war ja viel da, habe auch ein bisschen mitgestalten dürfen, alles was Digitalisierung betroffen hat, also ähnlich wie wir jetzt von Schäffler gehört haben, war es bei Adidas ähnlich, dass 2015 mit Randtestig schon ein neues Zeitalter noch einmal eingeleitet worden ist, was so digitales Mindset im Konzern und sind auch, ich weiß nicht jetzt, aber damals über 60.000 Mitarbeiter, also ähnliche Größen, da haben wir schon auch viel bewegt, zusammen dann, war schon cool. Ist ja vor allem in der Retrospektive ein unglaublich guter Brandfit, also wenn man das Ganze betrachtet, wie Runtastic dann übergeführt worden ist zu Adidas Running, ist ja wirklich nahtlos, also außer, dass sich der Name der App verändert hat, war das ein sehr kleinteiliger Prozess und auch sehr angenehm für den User, quasi wie man vorher Runtastic User war, die Übergangsphase und es passt halt auch wirklich perfekt in dieses Adidas Repartement rein und auch ich als Läufer kann quasi sagen, das war für Adidas wahrscheinlich auch ein strategisch sehr wertvoller Schritt, quasi, weil das ganze Thema Running hat ja sehr zugenommen so in den letzten Jahren auch bei Adidas intern und da spielt Runtastic eine große Rolle. Naja klar und auch vor allem, also das ist auch common knowledge, dass natürlich ein aktiver User, der Sport macht, mehr öfters und digital einkauft und wir wissen immer, dass digitale Imagen natürlich besser sind, wenn man Direct-to-Consumer verkauft, wie wenn man über den Händler verkauft, so gesehen kann man natürlich auch die Rechnung ein bisschen zurückmachen, wir haben 40 Millionen registrierte Nutzer damals gehabt, noch gut weitergewachsen, die man auch bespielen kann, ich habe vorher schon erzählt im Vorgespräch so Features wie Schuh-Tracking, wo man dann sagt, hey dein Schuh hat 400, 500 Kilometer aus Verletzungsgründen, solltest du ihn jetzt wechseln, was auch wirklich stimmt, da ist der Follow-up Schuh, per Knopfdruck kaufen, hast super Conversion-Rates und kannst natürlich eine Marketing-Botschaft oder eine Sales-Botschaft gegen eine Service-Botschaft wechseln, ich glaube da haben wir auch am Weg noch einmal viel dazugelernt und das war dann schon auch schön zu sehen, nachdem digital Agilität gehabt, hier schnell zu sein, das ganze Schuh-Tracking-Feature haben wir gebaut, fix fertig integriert in drei Monaten, also da haben wir wirklich auch Speed reingebracht und tolle Dynamik, dann war es natürlich auch noch einmal vom Hiring, auch für Adidas sozusagen Tech-Talent reinzubringen, waren wir natürlich auch eine gute Brand dafür, weil das hat international schon viele gekannt als eine der erfolgreichsten Health- und Fitness-Apps in der Welt, das war schon eine gute Kombination, also waren wirklich viele Win-Win-Situationen, würde ich meinen, die wir geschaffen haben gemeinsam. Roberto, wie bewertest du jetzt den Deal, jetzt hast du es ja quasi live mitgekommen, wir haben uns ja im Vorgespräch auch noch mal so ein bisschen über KPIs, Zahlen und so weiter unterhalten, wie bewertest du jetzt, vielleicht auch aus Schäffler-Sicht, ich meine, ihr macht ja oft M&A-Themen, da gibt es ja einige Parallelen, vor allem wenn man auch den Speed sich anguckt, in wie schnell sowas dann umgesetzt wird, wie bewertest du jetzt diesen ganzen Runtastic zu Adidas Deal? Also der Deal an sich, glaube ich, war, wie du es schon beschreibst, ein Win-Win für beide, zur richtigen Zeit, weil ich glaube, das gehört auch immer dazu, wirklich den Punkt gerade zu erwischen, wo, du hast ja gesagt, wo die Konkurrenz in den USA irgendwie so ein bisschen so einen Hype ausgelöst hat, also ich glaube, da muss einiges zusammenkommen, am Ende des Tages, was du beschrieben hast, den Prozess, den ihr durchlaufen habt, das ist der gleiche Prozess, wie wir auch beispielsweise bei einer Akquisition von Schäffler durchlaufen und ich glaube, es steht und fällt, sowas schnell dann auch über die Bühne zu bringen, eben mit dem auch, was du beschrieben hast, da muss irgendwie jeder das Gefühl haben, da ist ein Fit da, das darf nicht irgendwie so von Anfang an irgendwie so ein Störgefühl sein, die haben eine andere Vorstellung als wir und so weiter, klar redet man dann, glaube ich, über Zahlen und sehr intensiv über Zahlen, sei es Kaufpreisvorstellung und Kaufpreiserwartung und das ist ja in vielen Fällen dann bei solchen Akquisitionen auch schwer rational herleitbar, da gibt es ja zig Modelle, wie man sich irgendwas errechnen kann am Ende des Tages, darf, glaube ich, auch keiner aus dem Deal rausgehen mit dem Gefühl, ich habe zu wenig, ich habe meine Idee unter Wert verkauft oder mein Unternehmen und der Gegenüber darf nicht das Gefühl haben, ich habe zu viel dafür bezahlt, dann, glaube ich, das kriegt man nicht wieder weg, so dieses Gefühl und ich glaube, wenn man dann, jetzt Adidas und ihr, Rantastic, das läuft hochprofessionell ab. Wenn wir jetzt das erste Gespräch mit Arias, wann das war und dann quasi der vollzogene Deal, über was für eine Zeitspanne reden wir? Ja, sechs bis acht Monate. Durchaus relativ ähnlich mit Day One, erster Zehnte und wann war Angebotabgabe. das Announcement, dass wir die Absicht haben, Vitesco oder BitVitesco zu merchen, war im November letzten Jahres und am 1.10. ist der Legal Day One. Jetzt war ich blöd gefragt, warum macht man sich da so einen Stress, das Ganze so schnell durchzuziehen? Ich meine, rein theoretisch, gibt es da irgendeine Art Zeitdruckkomponente? Naja, da muss ich vorstellen, das lenkt irrsinnig ab. Da sind viele Leute involviert und jeder da kostet erstens Geld, aber viel mehr, ich kann es nur von meiner Perspektive, aber ich kenne auch andere Deals, es ist ja Distraction, es kostet Geld, man verliert irgendwie Fokus und man will ja schnell wissen, beide Seiten, passt das oder passt das nicht und es würde nichts bringen, das jetzt auf drei Jahre herauszuzögern, weil du findest natürlich auch mit irgendwann dann Argumente, warum es nicht passt, wenn es zu lange dauert und dann kommt erst noch die wildere Phase, die ganze Integration und, und, und und du versuchst es dann meistens, es wird ja nicht immer offiziell announced, wir haben es announced und haben es einen Tag vorher oder zwei Tage vorher für die Mitarbeiter und so, du willst ja auch vorsichtig sein, was löst das in einem Markt für Dynamik aus, Unsicherheiten und, 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 Spekulationen, also das will man vermeiden. Wie waren die Reaktionen von der Belegschaft, als du es dann quasi announced hast und gesagt hast, Mensch, jetzt Runtastic wird zu Adidas und du warst ja auch dann raus aus dem Unternehmen. Nein, nein, nicht gleich. Nicht gleich, Also irgendwann mal waren das schon Gespräche im Deal, quasi, dass das dann so eine Übergangsphase ist oder wären die Pläne auch gewesen, weiterhin mit dir als Head auf dieses Departments dann weiter zu planen? Es hätte weitergehen können, aber haben wir dann auch Wege gefunden, warum es nicht weitergehen soll oder zumindest dann auch von meiner Absicht her dann auch irgendwann genug war. Aber noch einmal alles sehr im Guten, das Announcement, ich glaube, das muss man immer strategisch gut planen auch. Am Ende des Tages ist es, wie vieles im Leben Kommunikation und ehrliche Kommunikation, die Gründe dafür erklären, wie wir jetzt gerade gehört haben, was sind die Synergieeffekte, was haben wir alle davon. Beispielsweise konnten dann alle relativ günstig beide das einkaufen. Hat jeder gleich einmal eine Freude, weißt du, wenn es einen schönen Use Case auch gibt. Aber natürlich auch, dass man zusammen stärker ist, dass keiner die Angst haben muss, er verliert morgen seinen Job und, und, und. Und das war durchaus verständlich. Also es war natürlich da und dort ist immer das Gsepsis da. Ist es dann auch wirklich das, was das CEO, die Führungskräfte jetzt versprechen? Bleibt das wirklich so? Wird das so eingehalten? Aber da muss man dann auch den Worten Taten folgen lassen und das hat wirklich gut funktioniert. Also wir haben weder wen verloren noch am Weg. Im Gegenteil, es hat es, glaube ich, attraktive Optionen gegeben, dass Leute von Runtastic zu Adidas auch später international mehr nach Amsterdam, London und so, wo es halt übere Büros gibt, geben haben können und umgekehrt auch von Adidas Leute zu Runtastic gegangen sind, die gesagt haben, sie wollen einmal ein kleineres, agileres Umfeld und hat Gott sei Dank alles gut funktioniert. Aber wie gesagt, Kommunikation gehört vorbereitet und da steckt schon überall Arbeit dann dahinter auch. Zumal das Announcement dann noch einmal viel schneller passierte, wie wir geplant haben. Das hat es dann irgendwann geheißen, jetzt sind Quartalszahlen, wir veröffentlichen Ergebnisse, wir wollen den Deal gleich mit der Nanzen. Haben wir dann schnell sein müssen die letzten zwei Tage. Erdbewerb hat es wenig Schlaf geben. Was hat dieser Deal mit deiner persönlichen Story quasi gemacht? Weil ich meine, daraus haben sich ja bei dir ganz viele Themen ergeben. Ich habe es eingangs ja mal kurz gesagt, du bist ja quasi als Serieninvestor an vielen Startups mittlerweile beteiligt, hast ein Buch geschrieben und so weiter. War das die logische Konsequenz oder wie war so der erste Tag, nachdem du dann quasi raus warst aus dem Thema Runtastic? Wie verarbeitet man sowas und wie geht man dann quasi generell weiter voran? Gute Frage und ich glaube, erstens braucht man Jahre, um das zu verstehen, was da passiert ist. Das geht gar nicht so schnell. Prinzipiell, was gut war, dass wir da noch jahrelang dabei waren und dass diese Integration alles über die Zeit erst stattgefunden hat, weil im Nachhinein kenne ich einige Gründer, die auch sehr erfolgreich waren, die vor Tag 1 dann morgen raus waren, zwar mit einem sehr vollen Bankkonto und da würden wir von außen immer sagen, ja, das ist das Beste und Schönste in der Welt, was es gibt, aber du verlierst sehr viel Identifikation und du hast auch deine Rolle als CEO nicht mehr. Du hast deine, all das, dass die Leute zu dir kommen, du Dinge entscheidest, vielleicht auch da und dort auf der Bühne bist und, 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 weil das auf einmal weg ist, gibt es schon so Post-Depressive-Founder und so in der USA ist das viel mehr Thematik wie bei uns, weil ich glaube ich auch öffentlicher darüber gesprochen wird. Darum war dieser Fade-Out glaube ich ein guter und ich habe parallel immer schon Sachen gemacht, dann schon einige Investments gehabt, irgendwo meine Keynotes gemacht und, und, und. Also ich bin nie in dieses Marathon-Loch um in die Analogie der Laufsprache zu gehen. Viele Leute wollen einmal im Leben einen Marathon, trainieren dann Monate, Jahre, machen den Marathon und nächsten Tag ist die Welt eigentlich nicht mehr eine gute, weil what's next? Und es gibt wirklich dieses Loch und ich glaube man muss sich immer darum auch wichtig vorbereiten auf das, was heißt das, wenn es mein letzter Tag ist, wie geht es nachher weiter? Und die Zeit hatte ich ganz gut und trotz allem immer noch, man muss sich immer wieder neu erfinden und du merkst dann auch noch einmal, Geld bringt sicher eine positive Komponente mit sich und beruhigt vielerlei Dinge, da brauchst du nicht, wenn irgendwas kaputt ist und über die finanziellen normalen Themen dir Gedanken machen. Umgekehrt löst Geld absolut nicht das, was man von außen oftmals glauben würde, so money can't buy happiness und da ist viel Wahres dran im Sinne von, du brauchst deine kleinen Winst, du brauchst deine kleinen Dopaminausschüttungen im Sinne, du erreichst dein Ziel, du hast irgendwie irgendwas Privates, deine Gym-Aktivität, was auch immer es ist und dementsprechend muss man auch weitermachen. Also ich glaube, das ist eine große Gefahr daran, dass man glauben würde, ja, man hat jetzt diese Checkbox, aber mit der Checkbox gehen auch ganz viele Sachen weg. Ich glaube, wir haben allesamt einen guten Weg so gefunden, aber natürlich ist es immer so die Frage, what's next? Für mich investieren alleine ist zu wenig, darum habe ich auch wieder neue Unternehmen gegründet, weil irgendwie jetzt, keine Ahnung, mit 40 nur mehr Investor zu sein und da und dort einmal mitzuhelfen, ist mir zu wenig am Ende des Tages. Roberto, sind das auch Issues, die du kennst? Also im Konzern ist es ja eine andere Konstellation, du führst ja quasi das Department hier, sozusagen so dieses What's next ist ja auf einer Schaeffler-Ebene nochmal viel schwieriger zu erreichen, wenn man jetzt ein Startup gründet, da sind die nächsten Ziele natürlich logischerweise, vor allem wenn man ganz am Anfang ist, erreichbar und sichtbar auf so einer Konzernebene ist es dann halt immer größer und immer weiter weg. Sind das auch so Motivationsgeschichten, die dich vielleicht mal nachts wachhalten oder mit denen du dich beschäftigst? Absolut, also ich habe ja auch angefangen als Einzelkämpfer, als Industrial Engineer, habe mich irgendwie so um mein Projekt gekümmert, habe dann immer große Freude gehabt, wenn man mal so einen Meilenstein erreicht hat und wenn man dann irgendwie seinen Neuanlauf mit dem Kunden erfolgreich gemacht hat, dann kommst du irgendwann so in die erste Führungsrolle, hast ein Team, bist in der völlig anderen Rolle und sagst, okay, du musst als Team ein gemeinsames Ziel erreichen und ich jetzt so heute gucke in meiner heutigen Rolle, riesig motivierend, aber auf einem ganz anderen Level, weil ich bin nicht der Techie, der mitreden kann bei den Entwicklern, ich bin eher derjenige, der versucht, irgendwie so die Strippen zu ziehen und in Summe das ganze Themenfeld nach vorne zu bringen und das ist dann in der Regel nicht immer so ein Quick Win, sondern irgendwie da brauchen wir mal einen langen Atem, da geht es auch darum, Netzwerke zu nutzen innerhalb von Schaeffler, um quasi den Team und den Teams den Weg zu erinnern, dann quasi auch ihre Dinge umsetzen zu können, also es braucht ja schon den langen Atem und am Ende des Tages aber auch mit der Idee, wir verändern was transformativ und im Großen, also in meinem Fall, man sieht irgendwann auf dem Shopfloor wirklich Digitalisierung als Kernelement, als Asset und als differenzierendes Merkmal auch und darüber quasi auch einen Beitrag zu leisten, Schaeffler erfolgreich zu machen und das ist nichts, wo du morgens kommt und sagst, heute Abend sind wir ein Punkt digitaler, sondern irgendwie so das Gefühl, was man dann auch kriegt aus der Organisation, alle haben verstanden, wo wollen wir hinarbeiten, jeder muss dann einen Beitrag leisten und am Ende des Tages, wenn man dann mit ein bisschen Abstand drauf guckt, sieht man, in Summe wird das Unternehmen digitaler und gerade in so Kernprozessen wie der Produktion, wo Schaeffler quasi auch den Erfolg auszeichnet, da kommen wir einen Schritt voran, das ist so das, was mich motiviert. Jetzt hast du ja vorhin über quasi die Zeit nach Runtastic gesprochen, what's next? Das ist natürlich die Frage on what's next. What's next? Gute Frage. Tatsächlich, der Plan wäre schon, noch einmal wieder wirklich selber noch einmal gründen komplett. Ich habe jetzt so eine kleine Fitness-Company gebaut, wieder mit Liegeschütze-App und Kniebeugen-App und so, die hat es einmal gegeben, die hat leider Adidas abgedreht, waren sehr erfolgreich, wo man sein Smartphone am Boden legt, dann Liegeschütze macht, dann habe ich zwei, drei Jahre gejammert, dass es das nicht mehr gibt und dann haben wir gedacht, eigentlich bist du Unternehmer und kannst gewisse Dinge, das haben wir jetzt gerade wieder gebaut, das habe ich 100% als meine eigene Company gemacht, hat schon über 100.000 Downloads, das ist jetzt noch weit weg von irgendwelchen Riesendimensionen, aber funktioniert gut, aber wahrscheinlich auch noch einmal mit meinen ehemaligen Gründerkollegen wirklich wieder was Neues machen und auch wahrscheinlich im Gesundheit-Fitness-Bereich, weil das macht uns Spaß, ganzes Longevity-Thema ist interessant und ja, damit wir wieder ein bisschen mehr Arbeit haben am Ende des Tages. Da ist ja viel Bewegung drin in dem Markt, ne? Total. Vorhin haben wir uns auch über Uhren und Smartwatches unterhalten und über Whoop und so weiter, was es da alles gibt. Es ist ganz, ganz spannend, wie das Thema Health quasi jetzt auch so ein bisschen aus dem Gefühl auch so ein bisschen Post-Corona wieder aufgekommen ist, quasi zu sagen, vor allem solche Themen finden gerade sehr, sehr viel. Ja, da spielt natürlich auch irgendwann künstliche Intelligenz eine Rolle, mit Daten kann man viel machen und es wird breitenwirksamer und das Thema Longevity sozusagen den Lifespan zu verlängern, damit man auch vielleicht länger gesund leben kann, wird ein Riesenthema und wenn man tatsächlich so Generation Z und noch darunter anschaut, das Thema Gesundheit, Fitness, Lifestyle, Body, Körper und so bekommt durchaus auch viel, viel mehr Wert. Ein Freund von mir, der macht so Abiturreisen und da ist früher am Ende des Tages immer nur am Alkohol gegangen und sagt, mittlerweile muss er lauter Playstations aufstellen und Boxen und Laufen anbieten und so. Das hat sich einmal, nicht komplett, aber teilweise komplett gedreht und darum ist da ein großer Markt natürlich am Ende des Tages da. Ist ja auch eine schöne Entwicklung. Definitiv. Ihr Lieben, so zum Ende dieses Podcasts, wir sind ja quasi jetzt schon an der 60-Minuten-Marke kratzen wir jetzt schon. Abschließend gibt es bei mir die schöne Rubrik Quote of the Day. Das heißt, ihr dürft jeweils gerne mit einem Lieblingszitat dieser Podcast-Folge für die Live-Audience hier, aber natürlich auch für die vielen Hörerinnen und Hörer da draußen beenden. Also ich habe ein Zitat, jetzt muss ich schauen, ob ich das auf Deutsch richtig hinbringe, aber es ist vom Steven Swartzman, das ist der Blackstone-Gründer, der hat einmal so sinnbildlich gesagt, es ist egal, ob du was Kleines oder was Großes baust, es ist gleich viel Arbeit, also denke ein bisschen größer. Im Sinne vom Projekt, auch kleine Projekte musst du genauso koordinieren, sind Arbeit und das war unser Gedanke bei Runtastic, wir sind eine internationale Company, Österreich ist gut und schön, aber in Österreich geht es sich sowieso nicht aus. Jetzt könnte man sagen, wir gehen nur einen Europamarkt an und haben gesagt, warum sollen wir nicht weltweit die Besten oder die Größten und die Erfolgreichsten werden und das Zitat habe ich immer sehr gut gefunden, weil es stimmt einfach. Ja, finde ich super. Ich würde gar nicht mit irgendeinem, ich habe das Zitat schon existiert, aber nicht mit einem existierenden Zitat anfangen, sondern wir haben ja über das Silicon Valley gesprochen, wir haben über Adidas gesprochen, wir haben über Schaeffler gesprochen und irgendwie kam es in den Sinn, wir sind hier im Motion Valley. Warum im Motion Valley? Ich glaube, Bewegung war so die Idee hinter eurer App und Adidas hat euch gekauft, um quasi so dieses Thema Bewegung auf das nächste Level zu bringen und Bewegung neu zu gestalten. wir als Schaeffler haben die Ambition zur Motion Technology Company zu werden und irgendwie ist so dieses Thema Bewegung irgendwie heute so sehr präsent gewesen bei uns im Gespräch und wir haben hier auf engstem Raum Schaeffler, wir haben Adidas, wir haben natürlich auch Puma, alles dreht sich um Motion und der Code des Tages für mich Herzogenaurach, das neue Motion Valley. Das Phänomen Herzogenaurach, das ist ein schönes Schlusswort. Ihr Lieben, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen und auch allen höheren Hörern da draußen wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Episode Storywelt. Ich bin euer Horst Albern, bis dann. Ich bin euer Horst Albern,